So, und jetzt kommen wir zu unseren Stickelscher mit unserer Angela. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir jetzt hören werden. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, das ist eine Geschichte, die wollte ich eigentlich letztes Jahr schon mehrfach lesen. Aber jedes Mal kam mir irgendwas dazwischen, was dann in die Sendung besser reingepasst hat. Aber deswegen habe ich sie nicht aus dem Auge verloren. Und habe gedacht, heute passt sie ganz gut, weil es ist bestimmt auch eine der Geschichten, die die Nationalparkführer auch das ein oder andere Mal zum Besten geben, wenn sie da lang gehen. Genau, alles hat seine Zeit. Genau, das ist das Graue Kreuz bei Rinsenberg. Okay, wir sind ganz ober. Im wunderschönen Nationalpark Hunsrück-Hochwald bei Rinsenberg, in unmittelbarer Nähe des alten Grenzsteines mit der Jahreszahl 1853 und den Buchstaben OB auf der Westseite und KP auf der Ostseite des Steines, der einst den Grenzverlauf zwischen den Ländern Königreich Preußen und Großherzogtum Oldenburg zeichnete, steht auf rund 644 Metern Höhe, ein drei Meter hohes, aus Eichenholz grob gefertigtes Kreuz, ohne Korpus, ohne Verzierungen und ohne einen Namen eingeschnitzt. Es wird im Volksmund Graues Kreuz genannt. Der trigonometrische Punkt ist in den Kataster und Wanderkarten ebenfalls mit der Bezeichnung am Grauen Kreuz eingetragen. Einheimische wie Fremde, die hier vorübergehen, werden sich wohl fragen, wie das Kreuz zu seinem Namen gekommen ist. Denn selbst in den Geschichten und Sagensammlungen und auch den geschichtlichen Abhandlungen dieser Landschaft wird dieses Kreuz nicht erwähnt. Wo kommt es her? Warum steht es ausgerechnet an einer Stelle, wo einst die römischen Heeres- und Handelsstraße von Trier nach Mainz vorbeiführte und die noch bis tief ins Mittelalter genutzt wurde? Der frühere Birkenfelder Heimatkundeforscher Herr Professor Baldes weist darauf in seinem Buch »Geschichtliche Heimatkunde der Birkenfelder Landschaft« eine Antwort. Es geschah zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1632, als die Truppen des Schwedenkönigs Gustav Adolf, die sich von Mainz aus zurückziehenden auf der Seite des Kaisers Ferdinand, dem ersten von Österreich kämpfenden spanischen Truppen, im Schwarzwälder Hochwald zur Schlacht herausforderten. Die Spanier plünderten und brandschatzten auf ihrem Rückzug auch die Ortschaft Rinsenberg. Die Bewohner des Dorfes flüchteten schnell beim Herannahmen der Truppen in den Hochwald, um wenigstens ihr Leben zu retten. Die schwedischen Einheiten, verbündet mit den Franzosen, holten die Spanier hoch oben auf dem Berg ein. Es kam zur Schlacht, in der die spanischen Truppen vernichtend geschlagen wurden. Niemand kümmerte sich anschließend um die umherliegenden Toten. Sie blieben einfach im Wald dickig liegen. Als die Kriegshorden schließlich abgezogen waren, wagten sich einige der in den Wald geflohenen Rinsenberger Bürger wieder in ihren Ort zurück. Hierbei kamen sie an der grauenvollen Todesstätte vorbei. In der Morgendämmerung mit ihren Nebelschwaden, die die Gegend dort oben sowieso schon gespensterhaft erscheinen lässt, und zusätzlich noch den Geruch der Verwesung der Toten in der Nase, eilten die Rinsenberger von Angst und Grauen getrieben in ihr Dorf zurück. Einige wenige, beherzte, kehrten mit Hacken und Schaufen zu diesem unseligen Orte des Grauens zurück, begruben die unherliegenden Toten in ein großes Grab und errichteten auf ihm ein hohes Holzkreuz. Das Kreuz des Grauens. Das graue Kreuz. Da niemand die Namen der Toten kannte, vermerkte man weder, was hier geschehen war, noch Zeit und Namen. So lässt sich wohl der Name dieses völlig schmucklosen Kreuzes erklären. Und ist dieses Kreuz vom Zahn der Zeit zernagt oder vom Sturmwind zerbrochen, so wird es bis zum heutigen Tage immer wieder neu errichtet. Als im Frühjahr 1990 die verheerenden Stürme, die um das Kreuz stehenden alten Bäume umwarfen, brach auch das Kreuz und der schweren Last zusammen. Wieder waren es Rinsenberger Bürger, die ein neues, schlichtes Kreuz aus Eichenholz zimmerten und es mit Zustimmung des örtlichen Forstbeamten an dieser historischen Stelle errichteten.